Aber es kommt bestimmt gleich zurück. Schön, so wollen wir dich sehen hier. Gut, dass du dabei bist, Kies. Alles klar, ich mach hier mal die Tür. Ja man, Kies ist der Beste. Der ist echt der Beste im Spiel. Danke Leute, danke. Boah, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Nee, das Lob hast du nur von mir bekommen. Nicht von den Leuten. Boah shit, nein, 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 nein. Das schaffen wir, das schaffen wir. Ey, der zerlegt mich hier. Ich bin weg. So, Bus, Sanitäter. Ich komme. Oh shit. Renn nach hinten rein. Ich will den anderen retten. Wir gehen drauf, wir gehen drauf. Die Tür ist offen. Schnell hier durch. Ich hole den anderen, ja. Warte, du kannst von oben runterspringen. Oh, der Rhino. Komm nach oben. Hilft uns, helft uns. Ah. Ich feier doch, ich feier. Boah, was für ein Tier. Ist der tot? Ne, 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 der lebt immer noch. Wie jetzt, hier oben? Boah, wir haben ihn, wir haben ihn. Boah, ich hab 1000 Dollar bekommen dafür. Ja, ich auch. Guck mal hier, neue Blätter. Wie geht jetzt jeder 1000 Dollar dafür? Ah, guck mal, wenn wir hier einen neuen Bauplan nehmen, dann verlieren wir den alten. Aber wir können hier Hypnofalle und Tesla machen. Klingt irgendwie geiler, finde ich, als so eine Rohrbombe. Was meinst du? Tesla ist cool, wa? Ja, Tesla klingt irgendwie nobel. Boah, ich hab ein neues Visier. Gibt's hier was? Ja, spinnt. Diese neue Schränke, ey. Vielleicht soll ich mal meinen Entschluss? Guck mal hier drüben, was ist das? Ist das irgendwas hier drüben? Ne. Ich dachte schon, das wär ne Spule. Alter, alter, alter. Diese Tentakelfiecher schon wieder. Ja, hier oben. Da gibt's ja nur 25 Dollar dafür. Guck mal, die kleinen sind die Skorpione. Die spucken irgendwas. Hey, das gibt ja nur 25 Dollar für den Müll. Was ist das denn? Ist ja echt wenig, finde ich. Ey, was zur Hölle machen die so viel Damage? Ich bin beinahe tot. Boah, ja, 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 ja. Die machen hier wirklich extrem Damage, ne? Boah, bringen die viel. Oder was hab ich eben gerade bekommen? Ich hab eben gerade 1250 bekommen. Keine Ahnung wieso. Hier ist alles voll mit Säure. Ich komm hier nicht durch. Aua, 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 ich bin down. Ich hol dich. Ich hol dich. Ah, Mist, da ist zu viel Säure. Ich komm zurück. Weiter kippen, Soldat. Danke. Schon wieder keine Munition mehr. Was ist das denn? Wieso halten die denn so viel aus? Und mal hier diese Tentakeln weg. Keine Munition. Oh, ich hab Informationen gefunden. Informationen. Ey, der redet. Der redet bei mir. Klar reden die. Hörst aber nur du. Ja. Dann halt doch einfach die Klappe jetzt. Nein, Spaß. War nur ein Scherz. Munition, Munition. Kies Abi. So soll ich ihn nennen übrigens, Leute. Hat er gesagt. Redet so ein Unsinn. Na klar, ist doch auch kein Problem. Hat er gesagt. Ja, weil ich der Beste bin im Spiel. Nenn mich bitte Kies Abi vor den Leuten. Ich hab ein hartes Rohr gefunden. Ich kann bauen. Ich auch. Okay, jetzt gehst du hier ins Menü und dann einmal X. Und dann zack. Warte mal, ich kann hier irgendwas suchen. Ach, jetzt brauche ich einen neuen Bauplan. Boah, Venom-Bauplan. Hör mir auf, die Waffe kannst du bauen. Ohne Scheiß. Alter. Ja, Alter, das ist mein Teil dafür. Yes. Hab ich dich ausgetrickst. Ey, du bist so ein Pisser. Hast du das gesehen, Leute? Das ist so ein super geiler Move. Das ist meine Munition. Das ist auch meine Munition. So, Bus. Ne, Venom kannst du bauen. Hör mir da auf. Ich stech dich ab. Ich sag's dir. Ruhig, ruhig, ruhig. Lass das Messer stecken. Ey, voll geil. Du kannst die Waffen bauen. Siehst du? Deswegen sag ich so. Lass doch uns doch die extra Sachen mitnehmen erstmal, bevor wir die... Lass doch mal hier diese ganzen Dinger töten. Weißt du, die hängen immer noch überall rum. Ja, klar. Ich hau mal erstmal den Bohrer an das nächste extra Loch. Das sollte eher ich machen. Ja, jetzt... Boah, so ein Pisser. Du bist ja nur am Looten. So ein Pisser. Ich hatte eben gerade einen Schlüssel. Da kommt der andere und klaut ihn mir vor der Nase weg. Echt? Was ist der jetzt schon wieder? Ja, ohne Scheiß. Komm mal her jetzt hier. Lass mal das verteidigen zusammen. Sorbus. Was für ein Schwanz, Lutsch, oder? Ja, und mich beleidigst du die ganze Zeit. Ich hab nix gemacht. Ich hätt ihn dir gelassen. Ich hab doch gar nichts gesagt zu dir. Ja, doch, doch. Außerhalb der Aufnahme. Beleidigt er mich immer. Ich hab schnell Feuer gefunden. Nein, Spaß. Das ist nur ein Scherz, Leute. Alter, die nächste Sache für die Venom-Waffe. Ja, Mann, ich hab schon zwei Stücke. Und die dritte. Die hole ich mir. Die hole ich mir. Ja, Mann, die Venom ist meins. Ja. Bist du ein Lacker? Weißt du, ich krieg hier gar nichts. Hahaha. Alles wird dir weggenommen, weil du so ein Stinker bist. Oh, Leute, ich bin so ein Glückspieler. Die Venom-Ace. Sieh sie dir an. Boah. So ein geiles Teil hab ich jetzt am Paratieren. Wollst du ihn? Ja, kann ich machen. Oder soll ich es machen? Der andere geht schon hin. Nicht mehr dran, nicht mehr dran. Ach so, der andere warst du. Was? Haben wir schon ne neue Bälle? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ich hab ja erstmal nur die Special-Sachen eingesammelt. Deswegen. Ich würde ja erst die Special-Räume aufmachen, bevor wir die richten. Guck mal, hier unten ist ne Panzerfaust. Hier unten drin. Ich glaub, sie ist gut. Boah, ne. Zu wenig Munition. Würde ich jetzt nicht mein Geld ausgeben. Alter! Hier gibt's ne modifizierte Bulldog. Hier ist ein Spindoff, falls du die willst. Ah, ich kann auch keine zwei Waffen nehmen. Ich hab ne goldene Waffe. Zieh dir das hier rein. Siehst du das dicke Tal, was ich hier in der Hand halte? Siehst du das hier? Die ist golden. Siehst du die? Ja, Venom ist geiler. Die werd ich auch noch kriegen. Aber wie kann ich jetzt hier meine Zähne ausgeben? Ich werd dir einfach alle Teile wegschnappen. Warte mal, ich hol mir einen neuen Bauplan. Die schnapp ich vor deiner Nase weg, die Teile. Du bist so ein, weißt du? Nein, Spaß. Ich überlasse dir das denn. Wir sind ein Team, Mann. Wir sind ein Team. Ich hol mir jetzt trotzdem den Tesla-Bauplan. Den will ich nämlich auch noch holen. Es wird gebohrt. Es wird gebohrt. Liegen. Liegen. Mal sehen, was ich jetzt kann. Eine goldene Waffe. Leute, wo seid ihr denn? Beim Bohrer. Komm mal zum Bohrer hin. Ach, da hinten ist der Bohrer. Boah, ich bin auf der ganz anderen Seite. Leg dich mal hin, ich hab schon hier ein paar Kills geholt. Ja, ja, ich schieß ja nicht. Ich laufe noch. Was ist denn hier drüben? Moment, kann ich hier... Wow! Das ist Munition für mich. Rennemunition. Ja. Nur für die Chefs hier. Hast du nur du die, oder haben die schon irgendwie alle? Ich weiß nicht. Der Bohrer, der Bohrer... Die anderen sind ja auch ziemlich hart am Geiern. Ja, das auf jeden Fall. Ist ja nicht so, dass ich nicht gesagt habe, ich mach den Raum auf. Wir hatten ja alle die gleiche Chance. Die Hälfte hätten wir. Klar, das schaffen wir auch. Das ist kein Problem. Jetzt, der Bohrer ist auch bei der Hälfte. Boah, also dafür, dass unsere letzte Extinction Runde dreieinhalb Jahre her ist. Da sind wir gerade gar nicht so schlecht, ne. Könnte ich auch. Boah, ich brauch mehr Munition. Jo, haben wir, haben wir. Alles klar, sehr gut. Kann sie wieder aufstehen, du Luder. Du geiles Luder, du. Wie die immer wieder direkt zu den Geschützen rennen. Nutz mal ein bisschen die Venom. Wunderbar. Boah, was ist das denn gewesen? War das meine Munition? Ich hab nen Venom FX. Boah, yes. Die bessere Variante. Weißt du Bescheid das? Das ist die Gangster-Variante. Das ist die Gangster-Variante. Direkt mal ein Drive-Buy damit starten. Aber sparen wir die noch auf, ey. Wer weiß, was noch kommt. Ja, bis jetzt ist irgendwie ein bisschen wenig los. Davor war irgendwie schlimmer. Was haben wir denn hier? Äh, hier oben ist übrigens eine Rotpunktwiese. Was ist das denn, eine Drohne? Bohrer hier platzieren. Alles klar, warte mal, warte mal. Können wir noch irgendwas tun? Ja, auf der anderen Seite ist noch ein Loch. Was machen wir jetzt? Hier oben ist noch Munition. Links ist auch noch ein Loch, genau. Es gibt übrigens, es gibt noch zwei Bohrerstellen. Wir können hier oben durch. Guck mal hier, wenn wir über das Gelände laufen, können wir nämlich auf der anderen Seite auch noch einen Bohrer setzen. Alles klar, warte mal. Wie machen wir das jetzt? Gehen wir jetzt hier oben? Alter, was ist das denn hier? Ja, aber was bringt uns denn das Ding da oben? Ach du Scheiße. Guck dir das mal an. Moment, ich komm gleich. Hier ist glaube ich, wenn wir da drüben... Das ist doch irgendein Fahrzeug. Guck mal hier, das ist doch irgendwie wie so ein Fahrzeug. Ja, ja. Ja, eine mobile Plattform. Ja, aber guck mal, was hier drüben ist. Ich habe es platziert. Alter, was ist das denn? Ich glaube, hier ist das Mutternest oder so. Das sieht ziemlich übel aus. Moment. Hier oben. Ich aktiviere die mobile Plattform. Hier oben war ein Schalter. So, jetzt geht es los. Ah. Das fährt da rein. Wir müssen das schützen. Ach so, mit den Geschützen. Hier links ist ein Geschütz. Nimmst du das? Oder soll ich das? Kann man irgendwie auch so? Ah, guck mal, man kann auch so. Ich nehme das Geschütz. Ich habe 6000 Dollar gehabt. Geil. Das sieht aber übel aus, das Nest hier, oder? Gut, dass du den gelegt hast. 150 Prozent. Oh, yes. Ja, stimmt. So halten wir mehr aus. Warte mal, irgendwo hier steht noch mein Geschütz rum. Das nehme ich mal mit. Was? Hol es schnell. Ich achte auf den Bohrer. Ich kann es irgendwie nicht mitnehmen. What? Ich werde zusammengekloppt hier hinter mir. Aber hier drüben ist ja noch eins. Das ist meins. Halte durch, man. Halte durch. Ja, gib mir Deckung. Ich stelle mal ein Geschütz auf, dass es uns Deckung gibt. Warte mal, ich habe auch ein Geschütz. Ich stelle auch noch ein Geschütz auf. Yo, Geschütz steht. Das soll ich mal den Rücken frei halten. Der Bohrer wird nämlich gerade gepumpt so ein bisschen. Ah, Mist. Mein Geschütz wird gegessen. Ach, komm schon. Gib mir Deckung, Jungs. Hinter mir. Der darf nicht down gehen. Wenn der down geht, können wir nicht reparieren. Wer? Wenn der Bohrer down geht? Ja, ja. Ja, klar. Deswegen. Also gib mir Deckung. Ich halte hier mit dem Geschütz voll drauf, wenn da jemand den bumsen möchte. So wie jetzt gerade. Alles klar. Ich baller hier rein. Ich nehme mal so eine Rohrbombe. Oh, hinter mir, hinter mir. Ich geh down. Ich bin runter gefallen. Oh nein. Das ist irgendwie so eine enge Ecke hier. Aber wenn ihr eine Bedeckung gibt, kann das gut klappen, weil die sind recht schnell weg vom Bohrer. Aber wenn es hart auf hart kommt, können wir auch mit drauf ballern. Ja, ich baller so ein bisschen runter. Aber hier die Geschütze machen eigentlich einen ziemlich guten Job. Achtung, Spucker kommt rein. Spucker. Egal. Ich riskiere mein Leben fürs Team. Nein, Sorbus. Nein. Fürs Team. Du bist wahnsinnig. So kennt man mich. Alter, ich geh down, ich geh down, ich geh down, ich geh down. Ich bin down. Ich bin down. Da waren eben gerade ziemlich viele. Wow, wow, wow. Ich geh down. Ich brauch Wurstung. Ich brauch unbedingt Rüstung. Ich geh wieder ins Geschütz. Ich geh wieder ins Geschütz. Der Bohrer ist gleich durch. Das schaffen wir. Ich bin down. Phantom. Alter, Alter, der ballert einer drauf. Der rammelt den Bohrer. Der rammelt den Bohrer. Oh nein, 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 nein. Ich bin down. Zwei sind down. Ich bin wieder hier. Alter, ich hab den gerade noch geholt. Oh Gott. Oh shit. Oh shit. So viel Säure. Ich schieß hier meine Wennemunition. Den Bohrer. Den Bohrer. Alter, das war so knapp. Das war so knapp. Das war so knapp. Das war so knapp. Ich beschütze mich jetzt. Ich beschütze mich jetzt. Das war nämlich sehr, sehr knapp. Bei 64% sind wir. Ich hol dir mal die Tentakeln weg. Mach das. Wir haben gleich so einen Bohrer durch. Oh Leute, ey. Also wirklich für die erste Runde, wo wir so richtig zocken, können wir eigentlich gut dabei. Ja, läuft. Darf man sich eigentlich selbst loben? Ist das okay? Ich denke schon, oder? Alles klar. Nicht auf YouTube. Nicht auf YouTube, oder? Geile Sache, ey. Wir haben da einen Extrapunk geholt. Und der Bohrer kommt zurückgefahren. Auf der anderen Seite aber. Moment, ich nehme hier mal Rüstung. Yo, hier Munition. Oh, danke. Geil. Boah, ich muss auch irgendwas legen, ey. Irgendwas legen. Wir haben einen Mann verloren. So kann ich ihn nicht wiederbeleben. Ah, jetzt geht's. Hey, wir müssen gucken, dass wir hier oben diese Tentakeln wegholen. Die machen extrem viel Damage. Okay. Alles klar. Alles klar, ich hole mal den Bohrer hier. Ja, nimm du den Bohrer als Ingenieur. Na, Moment, ich hab noch einen Punkt. Dann zack. Verbessere ich hier noch meinen Inji. Hier steht auch noch ein Geschütz von jemandem. Ist das meins? Könnte sein. Meins ist kaputt gegangen auf jeden Fall. Haben wir hier gerade so ein bisschen Seegang? Ja. Ne. Oder? Doch, gell? Schwankt so ein bisschen. Boah, der Himmel, ey. Der ist auch echt übel. Ja, es schwankt. Ist ganz merkwürdig zu gehen. Hier, Pistole. Pistole. Alles klar. Pistole, Leute. Dann lockt die mal weg von den Geschützen, sonst hauen die direkt alles kaputt. Alles klar, geh ein bisschen weiter. Ja, klar, klar. Ich bin hier vorne schon. Ich brauche aber gleich deine Munition, ja. Schon wieder? Ne, gleich gleich. Boah, ganz viele von den Spuckern kommen. Was denkst du, wie lange geht die Karte? Hä? Was denkst du, wie lange dir geht? Ich denke mal noch mindestens eine Dreiviertelstunde, oder? Also in der Regel gehen die ja immer so eineinhalb Stunden. Ja, wie lange sind wir dabei? Ich hab keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Deswegen. Ich würde mal schätzen, wir sind vielleicht 20, 25 Minuten dabei. Ja. Ja.